Die Sinnesüberreizung hier, das ist so viel, unglaublich viel, hier, da, jeder Quatsch steht voll, alles macht leer. So, und jetzt fahren wir noch nach Osprej, um uns Brust besorgen, nach Boa, das ist eine Kuhherde, jetzt wird gebremst. So, raus hier. Ja, Hosped. So, wo besorgen wir uns jetzt Tickets? So Leute, das ist ein Busticket nach Boa, von Hosped. Der kostet uns jetzt 1.300 Rupien für zwei. Ja, und es wird eine 7-stündige Fahrt, hier ist die Reservation, falls ihr mal hier seid und das auch gerne machen möchtet. Das heißt, wir kommen wieder in der Nacht an, ne? Ja. Müssen wir gleich gucken, wie wir das mit der Buchung vereinen. Leute, das ist der dreckigste Bus, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. In meinen ganzen, ganzen 31 Jahren. Ich denke, der ist nur Rupferf, der ist gelahmt. Vielleicht hat er Betelnüsse gegessen. Willkommen im Chaos hier. Ich hätte es hier probiert, aber ich habe Angst. Ich kriege einen Saft aus. Zuckersaft. Ich weiß nicht. Die haben da diese Zuckerrohre. Bescheidend. Kinderkleider ohne Ende. Das hat kein Ende. Schaut mal. Was hast du dir ausgesucht? Ich bin noch unentschlossen. Hier kann man Bendi-Suka essen. Sie sind echt überall. Katja, möchtest du jetzt ein Schwitztuch kaufen? Ja. Nimm ein dunkles, wo man es nie sieht. Ja, das wird schnell schwitzig und verstaubt. Aber ich muss ja eh das will ich waschen. Hier haben die so einen Betelnussshop. Sweet Betelnut Pieces. Damit drücken sie sich immer zu und haben diese kaputten Zähne viele davon. Und spucken rotes Zeug auf die Straßen. Hier ist so eine Quelle. So sieht ein Shop aus hier. Hier ist die Karte der Räder. Eier. Wie geht das jetzt? Sekunde für Sekunde hier. Was ist hier alles an Fahrzeugen vorbeifährt? Meine Güte. Das ist hier alles an Fahrzeugen vorbeifährt. Wie geht das jetzt? Wir machen ein Spiel. Ihr müsst immer trinken, wenn einer ruft. Boah, ich hab schon leuchtet, ähm, Sinnesüberreizung hier. Das ist so viel, so unglaublich viel. Hier, da, jeder quatscht nicht voll. Alles macht Lärm, wie es nur geht, wer am lautesten ist. Ist schon verrückt hier in Indien. So, wir gehen jetzt hier noch mal essen und danach düsen wir ab. Das reicht hier, echt. Ja, und Neon-Grün. Mal schauen, was es hier so gibt. Ja, Leute, und das ist unser, unser Dinner heute. Das sieht richtig lecker aus, ja. Ich glaube, die ganze Zeit uns hinterher. Voll süß! Hi! 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 So cute! So ein Foto von dir gemacht bekommen. Was los? Foto! Foto! All together! Let's go! Ja, zurück in unsere Unterkunft. Wir trinken jetzt noch schön mit Käffchen. Und, ja, haben für heute quasi genug. Und sagen Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen hoch. Und schaltet auch morgen wieder ein. Wenn das heißt, die Wegsuche auf Weltreise. Ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ich hab kein Geld! Ich hab keine Frau! Ich hab kein... Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!